Grüßt euch! Ich will heute drei wichtige Punkte vorstellen, die man als Arbeitnehmerin oder als Arbeitnehmer unbedingt berücksichtigen sollte, wenn man denn plant, das Arbeitsverhältnis zu wechseln. Das sind eben drei Punkte, die in unserer anwaltlichen Praxis immer häufiger auffallen, dass die eben nicht berücksichtigt werden von den Leuten. Und das sind Punkte, die schon als Vorüberlegung eine Rolle spielen, also bevor man überhaupt einen Arbeitsvertrag beim neuen Arbeitgeber unterzeichnet oder überhaupt verhandelt. Erstens muss man natürlich bedenken, dass man eine geschützte Rechtsposition aufgibt, in der Regel, wenn man das Arbeitsverhältnis wechselt. Das ergibt sich schon mal dadurch, dass wenn man selbstkündig die Agentur für Arbeit regelmäßig eine Sperrzeit verhängt, für deren Dauer man erst mal kein Arbeitslosengeld beanspruchen kann. Selbst wenn ihr aber sagt, ihr könnt direkt nahtlos in das neue Arbeitsverhältnis übergehen, und es gibt überhaupt keinen Grund, Arbeitslosengeld in Anspruch zu nehmen, und deshalb kann euch dieser Punkt egal sein, gibt es trotzdem Nachteile, die zu befürchten sind. Und zwar zumindest dann, wenn ihr in dem alten Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate beschäftigt wart und die mehr als zehn Vollzeitarbeitnehmer beschäftigen dort. Dann findet nämlich das Kündigungsschutzgesetz Anwendung und das Kündigungsschutzgesetz regelt, dass ein Arbeitnehmer eben nur dann gekündigt werden kann aus verhaltensbedingten, personenbedingten oder betriebsbedingten Gründen. Dieser Kündigungsschutz, der wäre dann weg, der wäre dann aufgegeben und im neuen Arbeitsverhältnis fängt eben alles wieder von vorne an. Das heißt, man würde sich dann auch mit einer Eigenkündigung und mit einem selbstständigen Wechsel, würde man sich die Möglichkeit verbauen, auch eine Abfindung rauszuholen. Wenn man natürlich ein bisschen mehr Geduld hat, wenn man weiß, okay, man will das Arbeitsverhältnis schon wechseln, aber man hat ein bisschen Geduld, das muss jetzt nicht sofort sein und man muss jetzt nicht sofort hier selbst kündigen, dann kann man natürlich gucken, was kann man denn tun, um den Arbeitgeber natürlich auch mit rechtlich und vielleicht auch moralisch ordentlichen Mitteln dazu zu bewegen, dass der vielleicht auch ein Interesse daran entwickelt, den Arbeitnehmer loszuwerden. Und dann kann man vielleicht auch gucken, ob man da wirklich noch eine Abfindung verhandeln kann. Der Punkt ist aber komplett weg, wenn man selber sagt, man kündigt jetzt und dann hat man absolut keine Möglichkeit mehr, da irgendwas rauszuholen, dann ist quasi diese Beschäftigungszugehörigkeit weg. Und wenn Sie dann zum Beispiel mal, angenommen, Sie waren zehn Jahre dort beschäftigt und haben da 3000 Euro brutto verdient, dann geht die Rechtsprechung, die von einer Abfindung in Höhe von 0,5 Bruttomonatsgehältern pro Beschäftigungsjahr ausgeht, geht die von einer Abfindung in Höhe von 15.000 Euro aus, die Sie dann da verschenken. Natürlich muss man das mit Vorsicht genießen, man kann in gewissen Fällen deutlich höhere Abfindungen rausholen, in anderen Fällen geringere Abfindungen, aber das ist ein grober Richtwert, den man mal so heranziehen kann, um sich mal das vorzustellen, was man denn da in der Regel zumindest aufgibt. Dann der zweite Punkt ist der, wie sieht es denn beim neuen Arbeitgeber aus? Habe ich da einen Kündigungsschutz, beziehungsweise komme ich in die Position, da einen Kündigungsschutz erwerben zu können? Natürlich fängt man grundsätzlich wieder bei Null an beim neuen Arbeitgeber, man hat wieder seine Probezeit, man muss die sechs Monate Wartezeit nach dem Kündigungsschutzgesetz überstehen. Das ist die eine Voraussetzung, um einen Kündigungsschutz zu erwerben. Die zweite Voraussetzung, und das ist wirklich vielen nicht bekannt, das zeigt auch unsere anwaltliche Praxis, dass eben mehr als zehn Vollzeitbeschäftigte in diesem Betrieb beschäftigt sein müssen, dass sie einen Kündigungsschutz erwerben. Da kann man mal ein Beispiel heranziehen, wenn Sie jetzt wirklich 20 Jahre beschäftigt waren bei Ihrem Arbeitgeber, aber im Zeitpunkt der Kündigung, der Arbeitgeber kündigt Ihnen dann, beschäftigt der acht Vollzeitmitarbeiter oder maximal zehn, vielleicht sind es auch nur drei, dann ist es so, das Kündigungsschutzgesetz findet keine Anwendung und dann braucht er auch keine verhaltensbedingten, betriebsbedingten oder personenbedingten Gründe, um Sie loswerden zu können. Das wissen wirklich viele nicht. Der kann einfach kündigen dann. Der kann einfach kündigen. Natürlich gibt es auch da Ausnahmetatbestände, wie zum Beispiel, dass die Kündigung formunwirksam ist oder dass die Kündigung vielleicht treubiedrig ist. Aber das sind absolute Ausnahmetatbestände, die in der Praxis, ich sage mal, doch seltener vorkommen. Und grundsätzlich ist es wirklich so, dass man in so einem Betrieb einfach keinen Kündigungsschutz erwirbt. Natürlich weiß man auch nicht, wie entwickelt sich dann das da. Vielleicht hat er ja irgendwie, wenn ich jetzt in einem Startup anfange, vielleicht haben die ja nach zwei Jahren irgendwie dann 30 Mitarbeiter. Das kann natürlich sein. Aber man muss natürlich wissen, wenn man irgendwo anfängt, und das sind zwei, drei Mitarbeiter, das ist vielleicht ein Familienbetrieb, und das ist vielleicht auch toll, da zu arbeiten, aber man muss sich natürlich dieses Risikos bewusst sein, dass das vielleicht auch in fünf oder zehn Jahren vielleicht so ist, wenn man da überhaupt noch beschäftigt ist. Wenn nicht der Arbeitgeber vorher schon gesagt hat, hier, tschüss, mach's gut, mir passt deine Nase nicht mehr. Und die Kündigung ist dann halt in den meisten Fällen tatsächlich wirksam, auch ohne Grund. Und, was natürlich noch dazu kommt, auch in diesen kleinen Betrieben hat man regelmäßig keinen Anspruch auf Abfindung. Einfach deshalb, weil der Arbeitgeber kaum ein Risiko hat, diesen Kündigungsschutzprozess, den es dann geben könnte oder gibt, zu verlieren, weil er ja eben keinen Grund braucht. Das ist auch ein Nachteil, der wirklich zu berücksichtigen ist. Der dritte Punkt ist noch, gibt es einen Betriebsrat in dem Betrieb, in dem ich mich bewerben möchte? Das ist ja auch was, was man vorher schon mal auschecken kann. Gibt es da einen Betriebsrat? Hat natürlich mehrere Vorteile, wenn ein Betriebsrat besteht. Erstmal, der Betriebsrat ist ja quasi die Arbeitnehmervertretung. Er sichert dem Arbeitnehmer gewisse Rechte. Zum Beispiel ist er vor jeder Kündigung anzuhören oder Betriebsratsmitglieder können mitgenommen werden in Personalgespräch. Oder zum Beispiel in größeren Betrieben ist es so, wenn der Arbeitgeber eine Betriebsänderung plant, wenn da viele Mitarbeiter entlassen werden sollen, dann kann der Betriebsrat auch dafür sorgen, dass ein Anspruch auf eine Sozialplanabfindung besteht. Dann kann der Betriebsrat einen Sozialplan verhandeln, in dem dann die wirtschaftlichen Nachteile der Beschäftigten normiert sind und ausgeglichen werden. Und dann hat man natürlich auch als Arbeitnehmer nochmal eine andere Position. Heißt natürlich nicht, dass wenn kein Betriebsrat besteht, man nie eine Abfindung erstreiten kann. Das stimmt natürlich auch nicht. Aber die Position ist halt dann in dem Sozialplan schon mal geregelt. Und das ist dann quasi schon mal eine Mindestbestimmung oder Mindestbedingung, die man dann hat. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, auch für weitere Verhandlungen. Zweitens sagt es natürlich auch was über den Arbeitgeber aus, wenn es einen Betriebsrat gibt oder eben auch nicht gibt. Da kommt es natürlich sehr auf die Größe des Betriebes an. Also wenn man jetzt einen Betrieb hat mit 500 Mitarbeitern, riesen Produktionshalle und sonst was und es gibt keinen Betriebsrat, dann finde ich das doch, sollte einem das zumindest zu denken geben. Andererseits, wenn es einen Betrieb gibt mit, keine Ahnung, 50 Mitarbeitern vielleicht und da gibt es einen Betriebsrat, dann ist das schon mal was, wo ich sagen würde, okay, das hört sich ganz gut an. Da scheint wirklich auch der Arbeitgeber ein Freund von fairen Bedingungen und von einer gewissen Waffengleichheit zu sein. Wir erleben es aber häufig auch in der Praxis, dass Arbeitgeber wirklich gar nicht daran interessiert sind, dass es einen Betriebsrat gibt. Natürlich, weil er halt die Interessen des Arbeitnehmers vertritt, ist ja irgendwo klar. Aber das geht teilweise auch so weit, dass die wirklich auch die Entstehung der Betriebsräte und auch die Betriebsratsarbeit an sich bekämpfen wollen. Und bei so einem Arbeitgeber möchte man natürlich nicht unbedingt beschäftigt sein, einfach aus dem Grund schon, weil wenn er mit dem Betriebsrat so umgeht, dann wird er auch mit dem gewöhnlichen Arbeitnehmer so umgehen, beziehungsweise dann weiß man eben, okay, die Arbeitnehmerrechte liegen dem Arbeitgeber jetzt vielleicht nicht so am Herzen. Aber das muss man eben dann im Einzelfall sehen, warum besteht da kein Betriebsrat und inwieweit kann man das rausbekommen. Das muss man dann halt mal gucken. Das waren jedenfalls die drei wichtigsten Punkte oder drei sehr wichtige Punkte zumindest, die man sich vergegenwärtigen sollte als Arbeitnehmer. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like und vielleicht auch über ein Abo. Das wäre ganz klasse. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.